Willkommen, ich bin euer Meister. Endlich ist es wieder soweit, die Gamescom steht wieder vor der Tür. Und auch wir sind wieder vor Ort. Ihr wollt uns treffen, dann habt ihr genau jetzt die Möglichkeit. Ihr fragt euch wann? Freitag, den 19.08.2016. Und um wie viel Uhr? Um 4 Uhr. Wo genau? Zwischenhalle 5 und 6. Da die Gamescom ja so riesig ist mittlerweile. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir den einen oder anderen von euch treffen würden. Bis dahin, euer Meister. Servus.